Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein begeisterter Empfang wurde heute Nachmittag der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei ihrer Rückkehr in Frankfurt begreitet. Die stürmische Begrüßung der Weltmeister-Elf knüpfte an den Jubel der vergangenen Nacht an, in der Hunderttausende mit Autoumzügen, Hubkonzerten und Straßentänzen den 1 zu 0 Sieg über Argentinien feierten. Die Freudenkundgebungen waren in einigen Städten allerdings von Krawallen und ausländerfeindlichen Ausschreitungen überschattet. Eine Sondermaschine der Luftwaffe brachte die Fußball-Weltmeister von Rom nach Frankfurt. Um 14.40 Uhr, etwa eineinhalb Stunden später als vorgesehen, betraten die Spieler deutschen Boden. Lothar Matthäus mit dem Weltcup in der Hand, neben ihm Beckenbauer und Libarski waren die Ersten auf der Gangway. Vom Rhein-Main-Flughafen aus ging es mit 22 Cabrios in einem Autokonvoi Richtung Frankfurter Innenstadt. Überall auf dem Weg die gleichen Bilder. Tausende Fußballfans jubelten ihrer Mannschaft zu, überhäuften sie mit Glückwünschen und Konfetti. Auf dem Römerberg hatten mehr als 50.000 Menschen die Ankunft der Weltmeister erwartet. Anwohner sorgten für die nötige Abkühlung von oben. Riesiger Jubel dann, als der Autokorse den Rathausplatz erreichte. Deutschland, Deutschland, Rufe, ein Meer von Fahnen und immer wieder Raketen, als sich die 22 Spieler auf dem Balkon zeigten. Bei einem Empfang im Kaisersaal wurden die Spieler noch einmal geehrt. Teamchef Beckenbauer und seine Mannen konnten sich in das goldene Buch der Stadt eintragen. Während überall in der Bundesrepublik der Gewinn der Weltmeisterschaft gefeiert wurde, kam es gleichzeitig in mehreren Städten, wie hier in Hamburg, zu schweren Krawallen. Rund 400 Randalierer hatten sich auf der Reeperbahn aus einer Menge feiernder Fans gelöst und die Polizei mit Steinen und Flaschen angegriffen. 54 Beamte wurden verletzt, 88 Rowdies vorübergehend festgenommen. In verschiedenen Städten kamen bei Unfällen vier Menschen ums Leben. Es gab auch Schwerverletzte. Massive Ausschreitungen auch in Ost-Berlin. Jugendliche plünderten am Alexanderplatz Geschäftsauslagen und warfen Steinscheiben ein. Es kam auch zu Übergriffen gegen Ausländer. Weitere Berichte und Informationen nach der gewonnenen Fußball-Weltmeisterschaft bringt das Erste Deutsche Fernsehen direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Aus Frankfurt nun, die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. Juli. Der Satellitenbild zeigt ein Wolkenband von Polen über Süddeutschland bis zur Biskaja. Über den britischen Inseln, der Nordsee, Nordfrankreich und Norddeutschland erkennt man zahlreiche Quellwolken. Ursache dafür war die Meereskaltluft, die zwischen einem Hoch über dem Nordatlantik und einem Tief über Skandinavien nach Deutschland einfließt. Die Vorhersage für morgen. Im Alpenvorland bedeckt und Regen. Im übrigen Deutschland wechselnd, vielfach stark bewölkt mit zeitweiligen Regenfällen. In der zweiten Tageshälfte von Westen abklingende Schauertätigkeit. Tiefsttemperaturen um 10 Grad. Höchsttemperaturen 15 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis stärker und böiger Wind aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten. Am Mittwoch nördlich der Mainlinie durchzugstarker Bewölkung. Im Norden zeitweise Regen. Im übrigen Deutschland heiter bis wolkig und trocken. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Heute mit Hans-Joachim Friedrichs, live aus Houston zum Weltwirtschaftsgipfel und mit Sabine Christiansen aus unserem Studio in Hamburg. Stšent dein Paar Stuhans 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 Die Stuhans Vielen Dank.